In diesem Video geht es um das Thema Marketing. Ich erkläre dir, was genau Marketing ist, weshalb es betrieben wird, wie Marketingstrategien entwickelt werden und wie sie sich voneinander unterscheiden. Durch Marketing möchten Unternehmen ihr Produkt und Unternehmen bekannt machen und die Verkaufszahlen erhöhen. Marketing ist nicht nur Werbung, denn es gibt viele Strategien und Ziele, die ein Unternehmen erreichen möchte. Dafür werden Kunden analysiert und überlegt, wie das Unternehmen diese Kunden erreichen und deren Bedürfnisse befriedigen kann. Unternehmen betreiben Marketing aus meistens zwei verschiedenen Gründen. Zum einen wollen sie ihre Marke aufbauen und zum anderen den Vertrieb ausbauen. Beim Markenaufbau geht es um Ziele wie die Steigerung der Bekanntheit, Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und Markentreue. Ein gutes Beispiel ist Apple. Kunden von Apple bleiben der Marke treu und kaufen meist über Jahre hinweg bei Apple ein, ohne den Anbieter zu wechseln. Beim Vertriebsmarketing geht es um die Steigerung der Umsätze, Gewinne und Bekanntheit am Markt. Gibt es beispielsweise nur einen Fliesenleger in der Stadt, muss dieser sich keine Gedanken um die Konkurrenz machen. Die Kunden landen alle bei ihm. Sobald es zwei oder mehr Fliesenleger gibt, braucht er Marketingstrategien. Der Fliesenleger muss seine Kunden analysieren und herausfinden, was diese wollen und wie er ihnen genau das bieten kann. Er könnte beispielsweise Flyer verteilen, auf denen genau steht, was ihn als Fliesenleger so besonders macht. Gibt es viele Unternehmen, die ähnliche Produkte und Dienstleistungen anbieten, braucht man gute Marketingstrategien. Hier hilft der Marketing-Mix. Unternehmen entscheiden, ob sie für die Produktpolitik, Preispolitik, Kommunikationspolitik oder Vertriebspolitik besonders wichtig ist. Bei der Produktpolitik geht es darum, herauszufinden, welche Produkte die Kunden wollen. In der Preispolitik liegt der Fokus auf den Preisen und wie hoch diese sein sollten. Dagegen beschäftigt sich die Kommunikationspolitik mit der Bekanntmachung des Unternehmens über beispielsweise Social Media, TV und Radio, Magazine oder Online-Werbungen. Schließlich wird in der Vertriebspolitik nach der Frage geschaut, wie die Produkte zum Kunden kommen. Es gibt verschiedene Arten von Marketing. Grob unterschieden wird in Offline-Marketing wie Werbung in Zeitungen und Flyern und Online-Marketing. Dabei geht es um Influencer, Social Media und Online-Werbung. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020